Hallo, meine Stimme ist weg. Hallo, ein kräftiges Hallo in die Runde. Ja, heute ist der 1.7. und ich nehme mir eigentlich jeden Monat vor, zum ersten mindestens einen Monat mal so Daily Vlogs zu machen, wenn es auch nur kurze Vlogs sind, aber der Tag heute hat sehr blöd gestartet, ich hatte wieder Migräne und dann habe ich gedacht, oh man, wird wieder nichts. Jetzt geht es mittlerweile wieder ein bisschen, ist jetzt aber auch schon halb vier, also fast der ganze Tag ist vorbei, aber ich mache gerade trotzdem interessante Dinge, also ich meine interessanter als sonst und deswegen habe ich gedacht, ich fange trotzdem noch mit einem Vlog an. Ja, ich habe mir gerade die Fingernägel lackiert und so interessante Dinge sind das, die heute passieren. Und zwar habe ich mir zwei neue Farben gekauft und die eine Hand in der einen Farbe und die andere in der anderen Farbe. Die Farben sind sehr gleich, aber ich zeige euch was gleich mal. Ja, ich weiß noch nicht, was mir besser gefällt. Ja, zeugen wir uns mal. Also das sind jetzt die beiden Farben hier, dieses Pink Happy Quatsch Kram, das habe ich jetzt auf dieser Hand hier drauf. Ich glaube, ich muss Blitz anmachen, sieht man das besser. Ja, also das ist eher so ein funkelndes, schillerndes Pink, wenn man das so sieht. Ja, und auf der anderen Hand habe ich dieses hier drauf. Das ist eher so alltagstauglich finde ich, weil das schillert nicht so, dass es nicht so ganz auffällig ist. Es wirkt jetzt irgendwie ein bisschen rot, aber es ist gar nicht so rot. Das ist doch eher so Pink. Ja, das ist die Aufregung von heute und dazu schaue ich mir einen Film an. Einen sehr ernsten Film. Ich bin noch nicht so weit. Ja, kann dann später vielleicht mal eine Empfehlung geben, wie das so wieder so war. Heute passiert leider nicht ganz so viel. Deswegen habe ich gedacht, ich zeige euch mal meine Pflanzen, die wir hier so auf unserem Balkon stehen haben. Das hier ist eine Melone, eine Honigmelone. Die wächst und gedeiht und blüht auch schon. Ich bin sehr gespannt, wie die schmecken wird und ob die groß werden. Ich habe die Befürchtung, dass sie nur so, so groß ungefähr werden. Also so wie so ein Apfel. Mal gucken. Ja, hier habe ich irgendwas gepflanzt. So kräutermäßig, was aber für Bienen irgendwie auch ganz... Ähm, wo ist das schief? Also was Bienen auch irgendwie mögen. Es ist aber ziemlich klein. Mal gucken, ob das dieses Jahr noch wird. Ich glaube, es war auch mehrjährig. Ja, hier haben wir unsere beiden Tomaten. Die wachsen auch nicht so gut. Ich glaube, hier ist einfach... Ich hoffe, man hört mich, weil das sehr laut ist, die Autos. Ähm, ja, hier ist zu wenig Sonne. Leider auf dem Balkon. Aber unten hinstellen ist halt doof, weil da aufräumende Kinder sind und die Erfahrung zeigt, dass sie an unsere Sachen ständig beigehen. Deswegen haben wir die lieber hier oben hingestellt. So. Ach Gott, was hat er hier jetzt gemacht? Hier, wie man sieht, die sind nicht ganz gesund. Und ich weiß nicht, ob das schon bedenklich ist, ob das nur von der Trockenheit kommt. Äh... Ja. Also sie sehen jetzt nicht ordentlich ganz schlecht aus, aber besonders toll auch nicht. Hier haben wir noch einen ganz wilden. Oh, da haben wir Schafhebel. Einen ganz wilden. Da sind Wildblumen drin. Hm, die wachsen sehr gut. Hier fangen sie in den ersten Knospen schon. Also ich weiß nicht genau, was das alles ist. Das ist auf jeden Fall so ein Wildblumen-Mix gewesen halt so. Ich dachte, ich mache was für die Bienen. Wäre es vielleicht klüger gewesen, diese Sachen hier irgendwie aufzuhängen. An unserem Balkon. Aber, ja. Ja, ich habe gedacht, ich zeige euch einfach mal so meine Pflänzchen, damit der Vlog ein bisschen gefüllt wird mit irgendwas. Er wird sehr kurz werden. Aber ich habe gedacht, ich will durchziehen. Ich will nicht wieder eine Ausrede haben, nur weil ich heute ein bisschen Migräne hatte. will ich nicht schon wieder... Wo ist die Knospe, die ich füllen wollte? Ist das die Knospe? Also nur weil ich Migräne habe, wollte ich nicht schon wieder sagen, nee, fängt es halt dann irgendwann anders an. Ich wollte durchziehen. Ja. Übrigens liegt der Ball da immer noch. Bis jetzt hat den keiner geholt. Muss mal geholt werden langsam. Regenwasser schmeckt immer besser als aus dem Napf, ne? Ich habe heute noch gar kein Hunde-Content gebracht, weil ich mich heute nicht um die Hunde kümmere. Also beziehungsweise ab Mittag habe ich mich nicht mehr gekümmert. Das macht alles mein Freund. Ich war heute Morgen nur mitten draußen. Da habe ich aber noch nicht gefilmt, weil ich mich noch drücken wollte vor dem Vlog. Aber ich habe mich ja dann doch noch zu durchgerungen. Und jetzt kriegt ihr noch eine Hundeärsche zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.